Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Regierung begibt sich mit ihrem Gesetz Windkraft an Land in eine unselige Tradition. In den 1930ern wollte das damalige Terrorregime die sogenannten Reichskrafttürme errichten, um fossile Energieträger nicht mehr zur Stromproduktion nutzen zu müssen und sich unabhängig von Rohstoffimporten zu machen. Der Plan scheiterte, da die dafür notwendigen Werkstoffe nicht vorhanden waren. Damals sollten die Reichskrafttürme direkt in die Städte gestellt werden, heute zerstören deren Nachfolger unsere Kulturlandschaften, töten Hunderttausende Vögel und Fledermäuse. Wenn es allerdings nach der grünen Bundesregierung ginge, würden diese Killermaschinen mitten in den Vorgärten der ländlichen Bevölkerung stehen. Den grünen Kommunisten, die faktisch die Regierungspolitik bestimmen, trotten die beiden jämmerlich Reste von Sozis und ehemals Liberalen nur noch hinterher. Zwar mimt Herr Lindner, Herrn Kubicki, der sich während der letzten zwei Jahre immer wieder einmal gegen den Rest der Magenta-Sozialisten stellte, wenn es um Grundgesetz und Impfpflicht ging, aber seine Worte fliegen dahin wie ein gelbes, verwelktes Blatt im Wind. Wenn Herr Lindner zu Recht fordert, ergebnisoffen den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken zu diskutieren und ein Verbot von Verbrennungsmotoren auszuschließen, dann schert das die Partei. Die Partei hat immer recht vor sich hinsummelnden grünen Kommunisten herzlich wenig. Sie gehen ihren Weg der Deutschlandzerstörung und Kriegsteilerei konsequent weiter. Ob sie ihre Weisungen direkt von Sleepy Joe bekommen, ob sie Überzeugungstäter oder einfach nur willenlose und für die Globalisten nützliche Idioten sind, spielt kaum eine Rolle. Das Wirken gegen die Interessen des deutschen Volkes ist nur verachtenswürdig. An der Spitze dieser eiskalten Deutschlandvernichter steht das Duo Infernale einer Außenministerin, die geschichtsvergessen dem deutschen Volk nach zwei verlorenen Weltkriegen Kriegsmüdigkeit vorwirft und einen Wirtschaftsminister, der knallhart amerikanische, aber nicht deutsche Interessen vertritt. Schon vor drei Jahren warnte ich hier an dieser Stelle, dass die Klimareligion, die ja die Begründung für die heute eingebrachten Gesetze ist, nur als Vehikel dient, um sozialistische Verhältnisse einzuführen, Planwirtschaft, Mangelwirtschaft, Verelendung des Volkes, Zerstörung der Natur und die Umerziehung der Menschen zu willenlosen, die Freiheit verachtenden Sklaven. So wie die Partei in George Orwells 1984 erkannte, dass das Volk im permanenten Ausnahmezustand gehalten werden muss, damit sie nicht auf die Idee kommt, den Weg der Regierung zu unterfragen, so haben auch das die Kommunisten von heute erkannt. Die sinnlosesten und zerstörerischsten Gesetze, wie zum Beispiel das Windkraft-an-Land-Gesetz, können durchgesetzt werden, wenn das Volk nur ständig in Angst gehalten wird. Angst vor Covid, Angst vor Klimainferno, Angst vor Russland. Dann, so die Hoffnung der grünen Kommunisten, fällt den Menschen auch nicht auf, dass die nach außen propagierten Ziele aus den Gründungszeiten, Frieden und Umweltschutz, schon immer nur die Feigenblätter von Menschen waren, die letztendlich ganz andere Ziele hatten. Legalisierung der Pädophilie, Kampf gegen die Bourgeoisie, Zerstörung menschlicher Bindungen, Einführung sozialistischer Verhältnisse. Von der Legalisierung der Pädophilie hat man sich Gottlob bis auf wenige Ausnahmen verabschiedet. Die anderen Ziele werden heute mehr oder weniger offen verfolgt. In der Zwischenzeit hat man sich auch potente Unterstützer gesucht und auch gefunden. Weltweit agierende NGOs wie die Open Society, Foundation von George Soros, verschiedene Stiftungen, das World Economic Forum und natürlich die Wind- und die Rüstungslobby in Deutschland. Jeder, der sich mit den grünen Kommunisten ins parlamentarische Bettchen legt, versündigt sich an unserem Vaterland. Jeder, der die Altparteien wählt, macht sich mitschuldig an der Zerstörung unserer Umwelt und unserer Lebensgrundlagen. Ich bedanke mich.